Weißt du, was das Schöne am Älterwerden ist? Ich kann es ja sagen, ich bin jetzt 43. Ach, dass wir uns komplett von den Erwartungen anderer langsam abspalten können. Also es war bei mir zum Beispiel ein Prozess mit 30. Ich habe mit 30 mein eigenes Unternehmen gegründet. Ich habe jetzt 50 Mitarbeiter und das hätte mir damals niemand zugetraut. Und mit 30 habe ich so das erste Mal das Gefühl gehabt, dass ich mehr vom Leben möchte. Das entsteht, umso älter wir werden, umso eher entsteht auch dieser Wunsch der Selbstverwirklichung. Und das feiere ich total. Jeder Mensch, der älter wird, wird ein Stück immer mehr in die eigene Selbstverwirklichung gehen, weil er sich immer mehr selber kennenlernt und sich von den Erwartungen, zum Beispiel der Eltern oder der Familie und so weiter, lösen kann. Das ist doch großartig, oder? Hab den Mut und geh deinen Weg. Das kann ich immer nur wieder sagen.